Die Wälder der Erde. Heimat für unzählige Lebewesen. Unendlich in ihrer Vielfalt und in ihrer Bedeutung für uns Menschen. Doch die Lunge unseres Planeten brennt. Waldbrände zerstören öfter und über längere Zeiträume immer größere Flächen. Vom Amazonas bis in die Arktis. Unsere Erde steht in Flammen. Dabei sind kleinflächige Waldbrände natürliche Erscheinungen. Sie gehören in einigen Regionen zum Kreislauf des Lebens. Doch zunehmend ist der Mensch dafür verantwortlich, inzwischen für 75 Prozent der Brände. Gigantische Flächen werden für Monokulturen oder Weideland vernichtet. Die Brände im Amazonas sind besonders verheerend, weil sie den größten und vielfältigsten Tropenwald der Welt zerstören. In Australien sorgten extreme Dürre und starke Hitzewellen für die grössten Buschfeuer in der Geschichte. In arktischen Gebieten sind die Feuer so heftig wie seit 10.000 Jahren nicht. Dabei werden Unmengen von Treibhausgasen freigesetzt. Inzwischen machen die Waldbrände 10 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen aus, mehr als die EU in einem Jahr ausstößt. Doch nicht nur die freigesetzten Treibhausgase befeuern die Klimakrise, auch absorbieren die zurückbleibenden Flächen kaum noch CO2. Wir zerstören nicht nur Lebensräume, sondern unsere Lebensgrundlage. Was können wir tun? Wir müssen raus aus fossilen Energieträgern. Wir müssen unseren Konsum hinterfragen und verändern. Wir müssen Wälder erhalten, nachhaltig nutzen und wiederherstellen. Wir alle haben die Macht, die Zerstörung zu stoppen. Wir müssen uns auf die Welt befinden.